Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu einem neuen Projekt von mir. Für euch natürlich, für wen auch sonst. Wir spielen Dust, an Elasian Tale. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen, ich weiß es nicht, ist aber auch egal. Warum spiele ich dieses Spiel? Keine Ahnung, ich hab mal meine Steam Library durchgeguckt. Ich hab's gesehen, ich hab's irgendwann gekauft. Irgendein Summer Sale oder Winter Sale, warum auch immer. Ihr wisst, wie das ist, man kauft einfach Sachen, die man nie spielt. Und da hab ich mal reingeguckt, vor Screenshots angeguckt, sah hübsch aus. Sieht nach einem Sidescrawler aus. 2D, keine Ahnung, ich hab jetzt nicht so viel Info mäßig über das Spiel, was die Story ist. Es geht irgendwie um den Hauptheld, das sind wir. Ich glaube, das ist der da oben im Hintergrund, der blaue. Und wir, ich glaube, versuchen unsere Erinnerungen aus vergangener Zeit wiederherzustellen. Und das war's. Wir sind in irgendeiner Welt, die von irgendwelchen Tieren nur beherrscht wird oder sowas. Und, ja, ich würd sagen, wir gucken einfach mal rein. Wir spielen mit dem Controller, wenn ja... Ich hoffe, wenn die Batterie nicht leer ist. Wenn nicht, dann klauen wir einfach Batterie aus dem Telefon. Okay, ich muss kurz Batterien wechseln. Sekunde, guys. So, Freunde. Ich bin back in business. Ich mach's mir mal schön bequem hier. Ich liebe es, Spiele mit dem Controller zu spielen, aber das muss bequem sein. Wir müssen mal die Kamera ein bisschen runterrichten. Mal mein Face auch sehen, weil ich hier halb im Stuhl liege. Ja, Batterien sind drin. Meine letzten, die sind aber auch bombenvoll. Gott sei Dank ist das jetzt passiert und nicht irgendwann vorher. Und langer Brei, kurze Rede, oder wie man sagt. Ähm, los geht's. Wir spielen natürlich auf Hardcore. Oder? Ähm. Ja, in Hardcore spielen wir nicht. Vorhin für erfahrene Action-Spieler. Die Feinde sind schlauer und zäher. Anschlussvoll, aber nicht übertrieben. Normal oder schwierig? Ach komm, wir spielen auf schwierig. Wir sind doch keine POSSYS, ey. Wir sind in man. Our world has fallen to fade. Its great works long since complete. Its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium long since forgotten. What was once a land of promise has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysian tales began. The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Das sind wir, ja? Was, man? Nein, man. Wow, unser Schwert. Was, man. Also... Okay... nein... Aufhann. Aufhanns da! Und wer ist sie? Ich? Ich bin Widget. Der Schaue desffentlichijaos. Keine Entschuldigung, aber bist du ein bisschen, ähm, klein? Für einen Guardian meine ich. Hey, ich schaue einfach nach dem Ding. After 200 years, nobody expects the sword to just fly off and start, you know, talking. I'm kind of wishing somebody told me this was part of the job description. Or maybe they did, and I just wasn't paying attention. That happens sometimes. So, what is this sword? I am the Blade of Ara, and you, Dust, are my fated sword bearer. Ha ha ha. Yes, well, that's all great and everything, but I think it's about time I got this sword back to the clan. I can't let you just leave with this sword, Fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. I don't even know how I got here. Hmph. Well, then you leave me no choice. I... I challenge you! The winner g- I don't have time for these games, Fidget. Indeed. Time is of the essence. Fidget. Oh well? Oh. Well. Okay, then. Come, Dust. We travel east. Yeah, I must say it looks pretty nice. And it's also very funny, as well. Also, the dialog options and the answers are already... There they thought I had already, I think, it looks pretty simple. It looks pretty nice, I can say. Also vom Grafenchen her Gefällt mir das schon echt gut Was die dahin gebastelt haben Die Lichtung Okay Ja hier ein bisschen die Basics Rumspringen Hopspringen So kann man sich ducken Und so kann man nach oben nochmal schauen Vielleicht gibt es da irgendwelche Secrets oder so Drücke Einzige Bau die Combo mit Checkern Oh habe ich das jetzt genommen Wir kommen in den Inventar Ja das kannst du auch so Okay Food, Rüstung, Upgrade Okay Oh ich dachte ich kann den Hasen töten und ihn essen So witzig gewesen Und jetzt Wo ist die Truhe Was ist die da bei dem Ding da Okay das geht nicht kaputt Well, well, well Was ist das? Bist du ein Speicherpunkt da So ein Scheiß Okay, dann geht oben diese Energie weg Das ist sowas wie ein Ausweichen glaube ich So, tschuun Da ist man irgendwie cool Okay, dann kann ich so rumspringen Nice Und jetzt? Wo lässt man sich also fallen Well, well, well Look at this Checkern Notiz, ein Schatz Okay Will ich das lesen? Okay, wir müssen irgendeinen Schlüssel finden Geheimnisvolles Wandhuhn Okay, jetzt können wir essen Nice Und hier ist dein Schatz Oh, richtig Wir haben einen Schatz Wow Meine Nase Korrektur Wir haben einen lockten Schatz Well, was hast du erwartet? Das wäre ungewiss, Dust Diese Schätze sind von Arcane Locken von der letzten Ere Und Ich glaube Ich hätte ihn trotzdem kaputt gemacht Kann ich da rein? Hallo? Nein, anscheinend nicht Ich bin enttäuscht Dass ich dort nicht hin darf Alter, Bambis Mann Irgendwas passiert Oh, ein Patroller Oh, ein Patroller Calm yourself, Fidget Dust Focus No, no Mach die Easy Okay Ah Nein, nein Das ist Witzig 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 Fidget, ich denke, die Dinge sind ... ... und ... ... auf jeden Fall diese Bibelfruite ... ... etwas zu ... ... speichern mal fix ... Ok, das war ein Speicherpunkt, nice ... ... jetzt gehen wir einfach mal weiter ... ... wir wollen ins Dorf kommen ... Ok, die Combo kann ich ... Easy, gib mal ein paar Coins ... ... Da ... Assholes ... 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